Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, das nennt man Präzession. Es ist eine präzise Berechnung, aber anderes als in westlicher Astrologie. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden und auch rassendend, dass das anderes ist als in westlichen Horoskopen. Liebe Rosaina, ich grüße dich. Das ist deine Horoskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Die Mitte ist ein Engel. Das ist dein persönlicher Schutzengel, weil dieser Engel herrscht in dem Tag, wo du geboren bist. Dieser Engel heißt Mebahiyach und hat die Zahl 55. Das hat auch eine Bedeutung für dein Leben. Engel Mebahiyach ist Engel der Alleseelende. Hilft ein ruhiges, wohlhabendes Leben zum Führen. Hilft uns auf dem Weg zur Vollkommenheit. Schenkt uns Würde und Ansehen. Stärkt unser Pflichtbewusstsein, unserem Verantwortungsbewusstsein und unserem Moral. Verbessert unseren Blick, unserem Sehen. Und mit dieser Energie machen wir auch mystische Erfahrungen. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreis zeichnende Zwillinge im Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Das war wie ein Sonnenaufgang. Dieser Tierkreis zeichnende Zwillinge beeinflusst dein Aussehen. Und das heißt jugendliche Aussehen. Du hast immer diese Leichtigkeit in dir, dieses Spielerische, das bleibt auch erhalten. Dann beeinflusst dein Auftreten und das ist interessant oder du interessierst für viele Dinge. Hast du auch interessante Kontakte, Gespräche und beeinflusst auch deine Persönlichkeit. Hier ist ein Geheimnis verborgen. Und dazu erzähle ich die klassische griechische mythologische Geschichte, das zu verstehen. Es gab eine Königin Leda. Leda war wunderschön. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihrem Ehemann auch schwanger. Und sie gebare die Zwillinge, Kastor und Polux. Kastor war der Sohn von dem König, also menschlich und sterblich. Polux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Und wo dann Kastor sterben musste, ging Polux zu seinem Vater und bat um das Sterblichkeit, weil er sagte, er möchte sich nicht trennen von seinem Zwillingsbruder. Das berührte Zeus und hat die Entscheidung getroffen, Er hat beide unsterblich gemacht und sie leuchten im Himmel. Die beiden Zwillinge, Kastor und Polux. Diese Geschichte gibt uns eine sehr wichtige Information. Wir Menschen haben eine Seele und das ist dieser göttliche Teil in uns. Ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das ist Polux, weil das göttliche ist unsterblich. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zurück zum Gott. Gott bestraft uns nicht. Sondern sinngemäß könnte ich das so vorstellen, dass Gott fragt dann, Na und wie war es denn? Erzähl mir. Die Seele hat die volle Bewusstsein, die Seele hat die Erinnerungen und sogar Gefühle und die Seele erzählt. Erzählt von dem Leben. Und das spielt sich alles ab wie ein Film. Und wenn die Seele sagt, das war wunderschön. Ich war glücklich und zufrieden. Ich habe meine Aufgabe gemacht, vieles gelernt, wundervolle Menschen begegnet, vieles Gutes getan. Dann habe ich auch ein paar Fehler, aber insgesamt war es wunderbar. Ich fühle mich frei. Dann hat die Seele befreit von Karma. Natürlich kommt dazu, die göttliche Gesetz, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt immer auf uns zurück. Auch wenn das nicht in diesem Leben, dann eben im nächsten Leben. Also das kommt noch dazu, das muss die Seele ausgleichen. Das ist die Gerechtigkeit. Aber mal zurück, diese Erzählung. Also wenn die Seele verspürt, diese Leidigkeit, diese Befreiung, dann hat sie sich von Karma befreit. Wenn die Seele sagt, ich habe doch gar nichts gelebt, ich möchte das besser machen, dann befindet sich die Seele in einem Rad. Das nennt man Schicksalsrad. Und die Seele macht eine Reise und kehrt wieder zurück auf die Erde. Die Seele sucht einen Schicksalsweg aus. Natürlich mit Gott. Und dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat ein Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod. Das ist das Menschliche. Das ist das Sterbliche, was Kastor symbolisiert. Ein Geburtshoroskop zeigt diesen Weg. Ich nenne das als goldenen Weg. Und das ist diese Landkarte. Die Zwillinge zeigen diese Verbindung, Mensch zu sein, dieser Schicksalsweg, in diesem goldenen Weg zum Gehen, was begrenzt ist, weil wir sterben, in Verbindung zum Seelischen, dieser unsterbliche Teil in uns. Wenn wir damit bewusst sind, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und die Zwillinge symbolisieren die Leichtigkeit, das Kind zu sein. Dann können wir viel unbeschwörter im Leben gehen. Und das ist wichtig, angstfrei zum Leben. Und das erzählt, die Tierkreis zeichnen eine Zwillinge. Und du bist ein Kind davon. Du lebst diese Persönlichkeit, dann lebe auch dieses Bewusstsein. Die zweite Lebensbereich hat mit Werten, mit Wertschätzung, mit Selbstwertgefühl was zu tun, aber auch mit Geld. Energetisch hängt das sogar zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe es nicht verdient, dann hat viel weniger Geld. Wenn jemand Schuldgefühle hat, dann verliert auch das Geld, weil das hängt Schuldgefühl und Schulden energetisch auch zusammen. Stattdessen sollen wir sagen, ich bin es wert, das gehört zu mir, ich nehme das im Besitz. Oder noch besser, ich habe schon im Besitz. Hier in diesem Bereich ist die Tierkreis zeichnen Krebs. Die Tierkreis zeichnen Krebs gehört zum Wasserelement. Und bei Wasserelement haben wir immer mit Gefühlen was zu tun. Krebs symbolisiert die Geburt und auch die Schwangerschaft. Und gibt dir dieses Gefühl, wann ist der richtige Moment zum Handeln und wann ist besser abwarten. Und das kannst du verspüren, wenn es um Finanzen geht. Sollst du investieren, sollst du das kaufen oder lieber abwarten. Das sagt deine inneren Stimme. Außerdem, die Krebs gibt uns ein Zuhause. Natürlich im Alltag hat er auch einen Einfluss auf unsere Wohnsituation oder Familienleben. Aber bedeutet auch das inneren Zuhause, ein inneren Tempel. Weil unsere Seele braucht ein Zuhause. Und das haben wir in unserem Inneren. Und das sollen wir auch gestalten nach unserem Geschmack, nach unserer Fantasie. Wichtig ist das Wohlbefinden. Mal zurückziehen, zur Ruhe kommen, meditieren, das Vorstellen, wo wir uns wohlfühlen. Das kann eine Blumenwiese sein oder ein gemütliches Wohnzimmer. Jeder nach ihrem Geschmack. Was das Gefühl sagt. Hier ist wichtig, das Gefühl. Und wenn du das praktizierst und hast diesen inneren Tempel, dann stärkt dein Selbstwertgefühl und verbessert sich die Finanzen, wenn du vorstellen kannst, Reichtum, Wohlhabend zu sein. Der dritte Lebensbereich hat mit Schule was zu tun. Symbolisiert die Kindheit, Jugend, die Alter, wo wir mit Geschwistern oder mit anderen Kindern in die Schule zum Kontakt kommen. Zeigt, wie wir da durchsetzen, uns behaupten. Und hier hast du die Löwe, das heißt, du bist da immer im Mittelpunkt gestanden, du warst immer wahrgenommen. Das ist schon dein Glanz und das stärkt dich natürlich innerlich. In späteren Jahren zeigt dieser Lebensbereich, wie kannst du dich behaupten bei Konkurrenzen. Und das zeigt diese Löwe-Energie sehr gut, weil du hast immer diese Kraft. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Und das vergleiche ich mit einem Baum. Das ganze Horoskop wie ein Baum. Und hier im tiefsten Punkt des Baumes ist die Wurzel. Unsere Ahnen, unseren Traditionen, unserer Herkunft, unserem Zuhause, wo wir uns verwurzelt, verankert fühlen. Und wir brauchen diese Basis, wir brauchen dieses Fundament, weil das gibt Halt in unserem Leben. Da hast du die Jungfrau und das bedeutet, sehr sauber, alles ist in Ordnung, sehr bescheiden, aber alles ist in deiner Wohnsituation. Auch in dem Zuhause, alles ist in Ordnung, Jungfrau sorgt für diese Ordnung. Jungfrau hat mit Heilung auch was zu tun. Das kann sein, dass im Elternhaus wird es auch dir vermittelt. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, und das bedeutet deine eigenen Kinder, später dann auch deine Enkelkinder, zeigt auch die Kindheit und auch das innere Kind. Und von Kindern sollten wir lernen. Lernen, wie sie spielen. Weil wir brauchen diese spielerische in unserem Leben, in vielen Situationen. Und hier ist das Potenzial, diese schöpferische Kraft. Und so können wir uns behaupten im Leben. Ich empfehle sogar, das Leben vorstellen wie ein Theaterstück. Und das Gestalten, die Bühne gestalten, die Kostüme auswählen, die Schauspieler auswählen. Dann wir sollen die Drehbuch schreiben, die Regie führen. Und das, was sehr wichtig ist, wir spielen die Hauptrolle. Und das ist diese schöpferische Kraft, wie wir unser eigenes Leben gestalten. Und diese Energie ist hier in diesem Bereich. Und hier hast du die Waage. Wenn hier um deine eigenen Kinder geht, die Waage zeigt weibliche Energie. Also, dann würde ich sagen, das ist dann eine Tochter. Weil Venus herrscht über die Tierkreis. Zeichnen Waage. Aber zeigt auch schöne Kindheit. Und zeigt auch deinen Schönheitssinn und deine Kreativität. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit und auch Gesundheit. Hier hast du Skorpion. Skorpion ist mystisch. Das wäre auch ein Bereich, Mystik oder Tiefpsychologie, wo du in die Tiefe schauen kannst. Hier ist auch vieles, vieles zum Entdecken. Das Einzige, was hier blockieren kann, wenn man versinkt an den Angst. Angst loslassen, weil das ist die Transformation, die Skorpion-Energie. Wenn du betrachtest dein Aszendent und das ist dein Geburtsmoment, dann kann ich erklären, dass in dem Moment ist die Tierkreis-Zeichnen-Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen. Im selben Moment ist die Tierkreis-Zeichnen-Schütze im Westhorizont wie ein Sonnenuntergang untergegangen. Die untere Teil des Horoskopes symbolisiert die Nacht, symbolisiert das Unbewusste. Die oberen Teil des Horoskopes symbolisiert den Tag, das Bewusste. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, hast du von Osthorizont nach Westhorizont geschaut und hier hast du ein Spiegel. Dir wurde ein Spiegel gezeigt und in diesem Spiegel siehst du deinen Seelenpartner. Nicht nur du, sondern jeder von uns. In dem Moment schauen wir in diesen Spiegel und erkennen wir unseren Seelenpartner, die Männer natürlich, die Seelenpartnerin. Aber dann untergeht es in Westhorizont und dann ist es in unserem Unbewussten. Bis etwa drittes Lebensjahr haben die Kinder noch Erinnerungen und dann ist es alles im Unbewussten. Aber in unserem Inneren haben wir diese Information und sogar diese Bilder. Das kann passieren, dass dieser Seelenpartner im Traumbild erscheint oder bei der ersten Begegnung spüren wir, dass das Seelenpartnerschaft ist. Und mit diesem Tor öffnet sich die Lebensbereich Partnerschaft und hier hast du die Tierkreis zeichnen Schütze. Die Tierkreis zeichnen Schütze hat einen Bezug zum Reisen und Ausland. Das kann ein Hinweis sein, dass du deinem Seelenpartner im Ausland begegnest, kennenlernst oder er kommt von Ausland, hat ausländische Herkunft. Die Schütze hat auch mit Bewegung und Sport eine Verbindung. Das kann auch ein Hinweis sein, dass er sportlich ist oder er kennenlernst in einer sportlichen Veranstaltung. Die Schütze hat in Verbindung auch mit Pferden. Das kann auch nochmal ein Hinweis sein. Und das ist mal die Orientierung. Was wichtig ist, dass du daran glaubst, dass du das vertraust, diese große Liebe. Und genau das zeigt auch die Schütze, weil die Schütze, dieser Pfeil, zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und das sind unsere Wünsche. Die Schütze sind in diesem Bereich unsere Wünsche. Der achte Lebensbereich wirkt Pluto-Energie. Pluto ist nichts anderes als Hades. Und Hades ist Gott der Unterwelt, Gott der Todes. Wenn wir denken, dass das der Tod bedeutet, und sind wir in der finsteren Unterwelt, dann muss ich das mal korrigieren. So ist es gar nicht. Pluto zeigt das Leben. Pluto sorgt dafür, dass das Leben erhalten bleibt. Aber damit erhalten bleibt, muss vieles absterben. Und das ist dieser Prozess, das Loslassen. Pluto hat sich verliebt an Persephone. Persephone war die Tochter von Mutter Erde, die Natur auf unserem Planeten Erde. Und Hades oder Pluto raubte Persephone. Und die beiden haben sich verliebt. Hades hat ein Granatapfel gegeben und nachdem Persephone das gegessen hat, hat sich an Pluto verliebt. Demeter, die Mutter, suchte verzweifelt ihre Tochter und fand nicht. Und das waren diese sieben mageren Jahre. Demeter kümmerte nicht mehr um die Natur. Es gab keine Getreide. Die Menschen haben nichts mehr zum Essen gehabt. Und die Götter haben überlegt, was machen wir jetzt. Wir müssen den Menschen helfen. Und schickten Hermes, der Götterbote, zum Unterwelt, mit Hades zu verhandeln. Hermes kann das natürlich. Er kann handeln. Und sie haben geeinigt, das halbes Jahr ist Persephone bei ihrem geliebten Mann im Unterwelt und halbes Jahr ist auf der Erde bei der Mutter Demeter. Und diese Geschichte zeigt die Jahreszeiten. Wenn Herbst ist und Winter und die Natur ruht sich, dann ist Persephone im Unterwelt. Und am Frühling kommt sie wieder und die Natur blüht wieder auf. Und diese Geschichte erzählt die Jahreszeiten. Das zeigt auch, dass wir daran vertrauen können. Frühling kommt jedes Jahr. Und das ist der Kreislauf des Lebens. Diese Pluto-Energie spüren wir auch bei Tiefschlaf oder erleben wir bei Tiefschlaf. Im Tiefschlaf erholen wir uns und die Zellen erneuern sie sich. Das ist auch Pluto-Energie. Das sind wir auch in diesem Unbewussten, in dieser Unterwelt. Die Sexualität gehört auch zum Plutos-Bereich, weil die Sexualität sorgt dafür, dass das Leben erhalten bleibt. All das ist Kraft Plutos. Aber damit das alles funktioniert, muss einiges aufgeben, loslassen, von etwas trennen, kündigen. All das, was diese Energie, diese Kraft raubt. Und das sind diese Prozesse, was hier in diesem Lebensbereich erleben. Und hier heißt du die Tierkreis zeichnen Steinbock. Und das bedeutet, in jungen Jahren ist es gar nicht so einfach, weil du möchtest etwas festhalten. Aber in der zweiten Lebenshälfte lernst du das, bis dahin lernst du das und das erkennst du dann auch, diese Notwendigkeit, damit Ordnung, Sicherheit, Stabilität und Struktur hast im Leben. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen und das bedeutet Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, bedeutet auch Studium, eine höhere Bildung und einen spirituellen Weg. Hier hast du die Tierkreis zeichnen Wassermann. Die Tierkreis zeichnen Schütze kann man von vielen Dingen begeistern. Die Tierkreis zeichnen Schütze bewegt sich auch, hat viele Ziele, manchmal zu viel und die Schütze muss auch lernen, konzentriert bleiben, auf eine Richtung orientieren. Aber hier kommen schon die Begeisterung, die Ideen. Bei Tierkreis zeichnen Steinbock zeigt sich die Konzentration. Die Steinbock-Geborenen können auf dem Wesentlichen konzentrieren und sie haben die Kraft, die Geduld und Ausdauer, das auch zum Erreichen bis zum Spitze des Berges, egal wie steinig dieser Weg ist. Bei Tierkreis zeichnen Wassermann ist das Anderes. Die Wassermann-Geborenen fühlen sich Anderes, weil sie haben das Gefühl, dass sie schon oben sind, dass sie haben diese Privileg, wir sind schon im Spitze des Berges, wir brauchen diese Anstrengungen, wir sind schon oben. Und das gibt die Luftelement, diese Leichtigkeit. Und von oben haben sie einen Adlerblick und sie haben diesen Weitblick, die denken auch eine Zeit voraus. Und sie fühlen sich einzigartig, sie fühlen sich außergewöhnlich. Und weil du hier diesen Adlerblick hast und erkennst die Zusammenhänge des Lebens, kommst du auch zu guten Ideen und das begleitet dich im spirituellen Weg. Jetzt sind wir bei Krone, das Baum ist, das höchste Punkt des Horoskopes, der Spitze des Horoskopes. Hier hast du Ansehen, hier hast du Anerkennung, zeigt auch deine Berufung. Und hier hast du die Tierkreis zeichnen Fischen. Ich erzähle das immer wieder, weil finde ich sehr wichtig. Die Tierkreis zeichnen Fischen bestehen aus zwei Fischen, auch astronomisch. Astronomisch heißt es den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Aber energetisch ist es auch so. Als erstes, die Tierkreis zeichnen Fischen gehören zum Wasserelement. Also es handelt sich um Gefühlen, es handelt sich um das Unbewusste. Und dann betrachten wir die beiden Fischen, weil die sind unterschiedlich. Unterschiedlichen Richtungen. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung, und hat ständig Angst, unsicher, zweifelt an sich selbst und das blockiert. Dann hat es selbst Mitleid, andere haben auch Mitleid und es kann sogar so weit gehen, dass sie das auch genießen, weil dann bekommen sie Aufmerksamkeit. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist ein Traum und genau hier ist die Reichtum verborgen. Neptun herrscht hier und Neptun ist der Planet der Künstler. Das ist die Fantasie, das Bildhafte auf unseren Träumen. Und wenn du ein Traum oder eine Vision hast und hier erlebst du das in deiner Berufung, einen Traumberuf zum Haben, dann macht dich das reich. Das kann auch ein innerer Reichtum sein. Und dann bist du damit auch glücklich, weil das befreit dich auch. Du brauchst eine Vision und daran glauben und das nicht aufgeben und dann loslassen, geschehen lassen, das schwimmt auf dich zu. Weil hier zeigt sich das Vertrauen am Fluss des Lebens. Und das erlebst du hier in Berufung. Im elften Lebensbereich sind die Wünsche, die Hoffnungen, aber nicht nur das, sondern auch die Freundschaften oder die sozialen Kontakte, Treffen mit gleichgesinnten Menschen oder ein Verein gründen. Diese Kontakte zeigt sich hier im elften Lebensbereich und hier hast du die Tierkreiszeichnung wieder. Das ist die Begeisterung, das begeistert dich mal hier, dort mal aktiv zu sein, aber das ist nicht immer harmonisch, sondern es gibt auch Freundschaften, wo dich dann wirklich behaupten muss, dich durchsetzen muss. Hier herrscht Mars, also es ist nicht immer unbedingt angenehm. Die zwölften Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens, die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier sind auch die karmischen Themen und die Ursachen, die Erkrankungen. Hier könnte man sagen, hier ist die Tiefpsychologie. Hier hast du die Tierkreiszeichnung Stier. In diesem Lebensbereich sind alle Geheimnisse und sogar die geheime Feinde. Sonne befindet sich in deinem Horoskop in Tierkreiszeichnung Wassermann. Du bist in Tierkreiszeichnung Wassermann geboren. Für dich ist sehr wichtig die Reisen, Auslandskontakte, Studium und auch deine Spiritualität. Mond hast du in Tierkreiszeichnung Fischen und das bedeutet, du bist kurz nach Neumond geboren in einer zunehmenden Mondphase und hier hast du das Gefühl, dass du in diesem Bereich Kunst, Spiritualität dich verwirklichen kannst. Das ist deine Berufung. Mars gibt dir die Kraft, die Kraft, dich zu behaupten im Leben. Mars bedeutet aber der Mann und hast du auch in Tierkreiszeichnung ein Fischen und das bedeutet, du kannst dich beruflich behaupten, wenn du wirklich deinen Traum lebst und du glaubst daran und das vertraust und hast eine Vision, du erreichst es auch und das sagt auch dein Gefühl, das ist Mondenergie und da hast du auch die Kraft, dich da zu behaupten. Natürlich kann das auch bedeuten, dass hier eine männliche Person eine Rolle spielt oder du arbeitest mit ihm zusammen. Merkur ist der Planet der Handlungen und auch die Kommunikation, auch der Planet die Kaufleute und sogar die Diebe. Dazu gibt es auch eine schöne mythologische Geschichte. Merkur ist rückläufig in dein Horoskop und diese Rückläufigkeit zeigt hier karmische Themen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichnung Wassermann hier in diesem Bereich. Und das kann natürlich bedeuten, dass du gut handeln kannst im Ausland, dass du Kontakte, viele Kontakte im Ausland hast oder Studium Fremdsprachen bedeutet natürlich auch. Jupiter zeigt deine Größe, das ist diese Weisheit, deine inneren Sonne und Jupiter und Jupiter ist auch der Planet der göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, aber öffnet auch die Augen auf Ungerechtigkeiten und unterstützt uns, weil es gibt uns Optimismus, eine Lösung, Chancen, Möglichkeiten, bringt Glück in unserem Leben. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichnung wieder, Jupiter vermehrt auch etwas, vergrößert etwas und das würde bedeuten, dass du sehr beliebt bist und hast du ein großes Freundeskreis und mit dieser Widerenergie natürlich, das begeistert dich, das ist etwas Neues, neue Kontakte, das ist schon die Begeisterung. Venus heißt im Tierkreis Zeichnen Steinbock und hier hast du die Transformation, deinen eigenen Stil oder was Eigenes, wo man sagen kann, du bist als Frau anderes wie alle anderen und hier transformierst deinen weiblichen Energie. Aber Venus hat auch mit Liebe etwas zu tun und die Steinbock bedeutet Ernsthaftigkeit, dass du das sehr ernst nimmst, die Liebe Partnerschaft und Steinbock symbolisiert auch ältere Menschen und führst du dich zum älteren reifen ernsthafte Männer hingezogen. Saturn belehrt uns und schränkt uns ein. Saturn ist hier im Tierkreis Zeichnen wieder. Und jetzt achte auf etwas. Jupiter vergrößert etwas. Die Tierkreis Zeichnen wieder ist das Schnelle diese Begeisterung manchmal sogar unüberlegt und das zeigt deine Natur das dich begeistert immer wieder neue Menschen kennenlernen und es vergrößert dein Freundeskreis du freust dich auch und Jupiter gibt diese Chancen und vergrößert das alles und Saturn belehrt dich bremst das bisschen weil hier wirst du Enttäuschungen erleben wenn du das nicht überprüfst mit wem du dich einlässt jetzt meine ich jetzt nicht dass das um enge Freundschaften handelt da bist du sicherlich klug und das kannst du unterscheiden sondern wenn du jedem vertraust und dann freust du dich dass du so viele Kontakte hast Saturn sagt Vorsicht bremst das bisschen überprüfe das hier hast du die Lärmaufgabe hier hast du die Lärmaufgabe entweder nützen sie dich aus oder führt das dazu dass du dann enttäuscht bist Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen Uranus befindet sich in Tierkreis Zeichnen Steinbock Neptun auch und das hier im achten Lebensbereich hier hast du die Transformation immer wieder Umbrüche Veränderungen Neptun lässt deine Träume leben und du lernst es auch deine Träume zu vertrauen die Liebe dann kannst du wirklich in die Liebe Partnerschaft deine Träume leben es wurde dir gegeben dass du deinen Traum lebst wo du vorsichtig sein sollst das ist die Freundeskreis Bekanntenkreis Pluto ist im Tierkreis Zeichnen Skorpion Pluto herrscht auch über die Skorpion das ist die Geschichte was ich dir erzählt habe Pluto oder Hades der Persephone geraubt hat der Gott der Unterwelt aber ich betone noch einmal das hat mit irgendwas Böses gar nichts zu tun überhaupt nicht das symbolisiert unserem Unbewussten die Tiefschlafe auch die Regeneration die Erneuerungsprozesse die Transformation die Loslassen Prozesse und die Geheimnisse die tiefe Geheimnisse des Lebens das könnte für dich eine Richtung sein beruflich und die andere Richtung ist Kunst Kreativität aber auch Handlungen Studium Reisen im Ausland und Glück deine Träume zum Leben in die Liebe Partnerschaft hier hast du die Lernaufgabe vorsichtig sein weil du begegnest auch mit falschen Freunden und jetzt noch zum Rahu und Ketu Rahu und Ketu symbolisieren eine Drache oder Schlange und diese Schlange oder diese Drache wurde getrennt der eine Teil ist der Körper dieser Drache das nennt man Ketu und das zeigt alten karmischen Erinnerungen das was wir bis jetzt erlebt haben bei diesem Erinnerungen sind sehr viel Talente Begabungen schöne Erinnerungen aber sind auch Erinnerungen was mit Tränen verbunden sind all das sollen wir loslassen dass diese Angst nicht da ist es fehlt aber etwas und das ist der Kopf der Drache das fehlt und unsere Seele sucht diesen Teil und diesem Teil heißt Rahu oder der Drachen Kopf wenn wir das gefunden haben dieser Drachen Kopf dann haben wir vereint und so fühlt sich das vollständig an Ketu hast du in Tierkreis Zeichen Steinbock all das hast du im früheren Leben schon erlebt da bist du Meister was aber fehlt das zeigt sich die Krebs das fehlt hier ist dieser Drachen Kopf und jetzt was kannst du das vereinen wenn du diesen Kopf hier gefunden hast welchen Themen handelt sich hier erstmal die Krebs die Familie Krebs bedeutet auch Mutter zu sein zeigt auch Schwangerschaft Krebs wie ich schon sagte auch dieser inneren Tempel die Meditation zur Ruhe zu kommen und dann in unserem inneren wie zu Hause für unsere Seele für unsere Seele ein Zuhause geben dann auf deinen Gefühlen achten auf deine Intuition das ist hier eine tiefe Intuition dann betrachte die zweite Lebensbereich deine Werte dein Selbstwertgefühl und auch die Finanzen das sind die Themen was dir fehlt aber du suchst es sollst auch finden so fühlst du dich befreit und vollständig in indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser ich erzähle dazu die mythologische Geschichte der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini Rohini ist die Morgenröte ein Silhouette ein weiblicher Energie symbolisiert ein unschuldiges junges Mädchen Mond verliebt sich an Rohini Rohini verliebt sich an Mond und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt dann nun gut du darfst meine Tochter verheiraten aber du musst ihre Schwester auch alle heiraten und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes die Liebling ist natürlich Rohini und jetzt schauen wir in dein Horoskop diese einzelnen Mondhäuser dein Aszendent Zwillinge nach etwas suchen nach etwas erreichen wollen das ist dieser Trieb du bist die Suche nach etwas manchmal weißt du gar nicht was das genau ist aber du bist auf diese Suche aber wenn du es auf den Punkt bringen kannst und sagen das ist meine Berufung ich habe es gefunden das ist mein großes Liebe ich habe es gefunden mir ist es wert also nehme ich ihn Besitz du brauchst Ziele dann bist du nicht auf dieser Unruhe auf diesem ewigen Suchen Sonne befindet sich in Tierkreis Zeichnen Wassermann und dieses Mondhaus heißt Purwabatra und wird von Pegasus bestrahlt dazu erzähle ich auch die mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologie weil hier hast du die Sonnenkraft und Sonne symbolisiert dein Selbst und hier bei dieser rückläufigen Merkur auch in diesem Bereich in diesem Bereich hast du natürlich auch karmischen Themen und Merkur symbolisiert die Kindheit Jugend aber diese Rückläufigkeit zeigt auch hier hast du karmischen Themen etwas was du erlebt hast im früheren Leben und du hast Angst du hast diese Angst in dir und das was du in diesem Leben lernst diese Angst loszulassen und deine Eltern unterstützen dich dabei aber ich erzähle die Geschichte dazu es gab eine Königin Cassiopeia und Cassiopeia prallte überall dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste sie sogar schöner als die Meeresjungfrauen und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon bei Gott des Meeres das ist Neptun und Neptun wurde zornig und schickte den Wallfisch im Königreich diese prallende Königin zum Bestrafen dieser sich ungeheuer ist dann angekommen in diesem Königreich und dachte ja warum sollt ihr das machen was Poseidon mir sagt ich mach was ich will und er nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen und Andromeda hat Angst gehabt die Nähe war Medusa Medusa die Furchterregenden mit ihren Schlangenhaaren bis dann Perseus kam und befreite Andromeda befreite von diesem Fessel befreite von diesem Angst und die beiden haben sich verliebt Andromeda und Perseus und Pegasus war diesem geflügelten Pferd weißen Pferd mit Flügel wo die beiden dann davon geritten sind das ist die Befreiung was erzählt diese Geschichte befreit zu sein von Ängsten und hier in diesem Bereich spielen diese Sternbilder eine Rolle Perseus Andromeda Pegasus und hier bei diesem rückläufigen Merkur weil Merkur befindet auch in diesem Bereich bei dieser Rückläufigkeit zeigt hier hast du karmische Themen etwas fesselt dich in deinen Ängsten oder hast du Verlust Angst das kann natürlich auch auslösen dass du im Elternhaus sehr stark verbunden bist und fehlt schwer das loslassen abgenabelt zu sein und hier brauchst du die Befreiung denk immer an dein Zwilling Aszenden das gibt dir diese spielerische diese Leidigkeit Mond befindet sich im Fischen im Tilgret Zeichnen Fischen im Mondhaus Revati 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 ist die letzte Mondhaus und bedeutet etwas zum Ende bringen zu einem krönenden Abschluss bringen und das zeigt auch dein Mond dein Gefühl Mond kann aber Schwangerschaft auch auslösen und Krebs hat auch mit Schwangerschaft etwas zu tun und das kann natürlich bedeuten dass du davon Angst hast weil du im früheren Leben etwas erlebt hast was bei dir diese Angst auslöst also diese Angst loslassen das hat mit Gegenwart nicht zu tun sondern entdecke die Krebs Energie und das ist die Mütterlichkeit Schwangerschaft das auch bedeuten und Mond herrscht über die Krebs hat auch mit Schwangerschaft auch was zu tun und hier Mond in diesem Mondhaus Revati bedeutet das zum krönenden Abschluss bringen das ist für dich wichtig Merkur dieser rückläufige Merkur im Wassermann in die Nähe von Sonne aber in anderen Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Shatabisha in diesem Bereich wo dieser rückläufige Merkur bewegt sind ganz ganz viele Glückssterne aber dieser Mondhaus heißt übersetzt von Sanskrit 100 Ängste oder 100 Glück und das bedeutet wenn du Angst hast was hier diese karmischen Erinnerungen hast dann hindert das Glück zu haben oder glücklich zu sein also sehr wichtig Thema diese Angst loslassen und wenn du dieses höheren Bewusstsein hast dann hilft es dir weil dann verstehst du oder fühlst du dich wohl und brauchst keine Angst zu haben Jupiter befindet sich im Wider Jupiter zeigt deinen inneren Größe deinen inneren Sonne und das bedeutet hier in diesem Mondhaus Aschvini Heilung Aschvini vermitteln die Heil Energie Heil Prozess also du brauchst Heilung in dein Inneren hat aber wirklich mit Vergangenheit mit karmischen Themen etwas zu tun Venus befindet sich im Steinbock dieser Mondhaus heißt Danishta und heißt Grenzgebiet diese Grenzgebiet ist im Grenzen zwischen Steinbock und Wassermann und bedeutet dieselbe Energie aber die Richtung ist anders die Steinbock versucht die Ideen verwirklichen im Tat und das Durchsetzen also die Realität Leben und die Wassermann schaut immer wieder zu neuen Ideen die Ideen Reichtum die Wassermann und die Taten dieser Zielsetzung und Geduld die Steinbock vereinen sie sich hier bei diesem Mondhaus Saturn ist im Tierkreis bezeichnen wieder Saturn hier im Wider im Mondhaus heißt Harani und dieser Mondhaus ist die Geburt von etwas und Geburt von etwas oder Schwangerschaft spielt bei dir eine sehr große Rolle und davon hast du Angst entspricht deiner Wünsche entspricht deiner Sehnsüchte aber du hast Angst davon und hier bei dieser Saturn Energie ist auch deine Lernaufgabe diese Angst loslassen sondern einfach das geschehen lassen Rahu und Ketu im Steinbuch die alte Karma die alte karmischen Erinnerungen sind die Uttara Schada Mondhaus und das bedeutet höheren Selbst höheren Wünsche kann bedeuten dass du im früheren Leben die ganze Aufmerksamkeit in die Richtung gelenkt hast etwas erreichen zum Beispiel Ansehen Anerkennung oder die Berufung zum Leben hast du diese hohen Ziele hohe Ideale gehabt aber Mutter zu sein das was du abgelehnt hast und jetzt hier Mutter zu sein im Krebs ist dieser Drachen Kopf und das ist die Richtung was deine Seele auch sucht dieser Mondhaus im Krebs wo die Drachen Kopf Raku ist heißt Pushia und das bedeutet im richtigen Augenblick im richtigen Ort zu sein und eine starke Intuition Uranus befindet sich im Steinbock im selben Mondhaus wie dein Venus dieses Grenzgebiet zwischen Wassermann und Steinbock Neptun befindet sich im Steinbock Schrawana heißt dieses Mondhaus und bedeutet übersetzt hören zuhören und damit die inneren Stimme gemeint ist hör auf deine Intuition hör auf deine inneren Stimme diese Schrawana steht in Verbindung mit Adler du brauchst diesen Weitblick dieser Adler oder hast du schon Pluto befindet sich im Mondhaus Iesta hier Pluto in Skorpion im Mondhaus Iesta Iesta war die älteste von diesem siebenundzwanzig Geschwister und Iesta hat immer Würde und Respekt bekommen und das wirst du erleben in deiner beruflichen Situation dass du da Ansehen und Respekt bekommst Sonne Mond und die Planeten kommunizieren auch miteinander das bedeutet sie stehen in Verbindung Sonne Mars steht eine sehr schöne Verbindung das ist die männliche Energie Sonne symbolisiert dein Vater Mars deine Kraft wie du dich durchsetzt im Leben aber auch der Mann die stehen in eine harmonische Verbindung Sonne steht zum Uranus auch eine harmonische Verbindung und das sind die Umbrüche Veränderungen im Leben und du hast immer diese Lebenskraft Lebensenergie dich drauf einlassen du hast keine Angst dein Leben zu verändern Mars und Uranus steht auch eine schöne Verbindung du hast auch den Mut immer wenn es um Veränderungen geht und ohne Angst dieser rückläufige Merkur steht mit Neptun in einer schönen Verbindung und das bedeutet deine Träume zu leben kannst du dann wenn du mal Kind bist nicht kindisch sondern wenn du diese kindliche was auch die Zwillinge hier dir vermittelt wenn du diese kindliche in dir verspürst dann lebst dein Traum dieser rückläufige Merkur steht mit Jupiter in Verbindung eine schöne Verbindung du hast Glück im Leben und du brauchst aber diese Merkur Energie und das ist diese jugendliche diese spielerische und das bringt dir auch Glück dann hast du zwischen Saturn und Pluto eine Verbindung und diese Verbindung nennt man Quinkungs und ich beschreibe was das überhaupt bedeutet Saturn versucht etwas bewahren aufrecht erhalten Pluto möchte aber einiges loslassen weil Pluto weiß dass hier raubt Zeit Energie das ist überflüssig Pluto konzentriert auf dem Wesentlichen und Saturn neigt dazu vieles bewahren behüten besonderes das was altes ist zwischen den beiden Planeten entsteht ein Quinkungs Aspekt nennt man das und das kannst du folgenden Maßen vorstellen stell dir vor vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich und jemand fragt dich in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen was würdest du dann sagen du würdest es dann sagen ich weiß es nicht vielleicht links vielleicht nach rechts vielleicht bleibt sogar stehen ich weiß es nicht und genau das spürst du in dein inneren wenn das um loslassen geht diese inneren unsicherheit was soll ich jetzt tun soll ich davon verabschieden soll ich hier trennen soll ich das bewahren ich weiß es nicht was richtig ist und was nicht und diese thematik wirst du in freundeskreis erleben freundeskreis bekanntenkreis wo dann innerlich unsicher bist soll ich diese kontakt jetzt beenden oder soll ich das weiter pflegen pluto zeigt konzentriere auf die wesentliche wenn das für dich gut ist dann bewahre das wenn dich das stört dann trenne davon ohne lange überlegen liebe roseana das war diese horoskop analyse ich bedanke mich nochmal dein anvertrauen ich bedanke mich für das zuschauen mein name ist dendera susanna medici